Ja, deine Karte. Deine Karten. Die sind gut, gell? Mit den Granaten und so. Ja, gut. Doppelt halt. Zwei Granaten. Ich hab nicht viel gekriegt mit den Granaten. Ja. Der Imperator wünscht, dass wir dieses Gebiet unter Kontrolle bringen. Jetzt hab ich da immer noch einen Scheiß-Korn, falls ich mal wieder auf die Leer kommt. Das hört sich schon wieder sehr böse hier an. Au. Ist klar. Wenn ich mal im Turben drin, dann ist er direkt weg. Ja. Aber zumindest ein Kill damit gemacht. Immerhin. Passt doch. Ja. War da ja auch gezählt. Wir haben das Kommando über einen Kontrollpunkt übernommen. Jawohl, ja. Ja. Erster Kontrollpunkt. Unsere. Auf dem Berg oben stehen sie alle. Auf dem Berg? Links davon. Ich bin grad in diesem Hangar drin. Ich weiß nicht, wo Berge sind. Ja. Links von uns wurde der Tonhalter stirbt wurde. Da oben ist auf dem Berg. Und da steht sie auch. Okay. Einen hab ich. Ja. Ach, natürlich. in dem Moment, wo die Schaltplatte dritten. Schau, das ist nicht normal. Schau, das ist nicht normal. Schau, das ist nicht normal. Das war richtig übel, von Dunkle ins Helle zu schießen, aber... Oh. Ja. Yeah. Ja. Ja. Ja, da kommt nie ein... Der Kontrollpunkt wird gesichert. Au, 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 au. Klar, einmal kurz an die Oberfläche. Ja, beim Hangar sind wir sicher. Das ist nicht nur einer. Ich wünschte, dass das nicht nur einer war gerade. Ich sehe gar nichts. Ich blieb eine Granate rein, das habe ich gesehen. Ja, klar, du hast immer das Visier geriest dich um. Du hattest ja auch kein Leben mehr. Ja, drei. Ja, die Granate hat dir nämlich den Rest gut gegeben. Ich habe ein Stück von denen erledigt. Muss ja nicht sein, dass man da angeschossen wird die ganze Zeit. Was? Oh, da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Der hat gerade volle Power gehabt. Ich bin auch von dem einen Typen tot. Einen fucking Schuss hat der mir abgegeben und der hat nämlich auch nichts mehr anliegen. Nein. Naja, aber wie gesagt. Irgendwo wird mich das nicht gerade. Au. Ich muss ein bisschen verarschen. Das war zu meinen Ungunsten, dass Gott mit Kallen ist immer. Shit. Ich sehe nichts. Oh. Das... Ach, doch nicht. Ich dachte, das war das. Abgewicht. Ja, fick dich doch, Alter mit deinem fucking Geschütz, ey. Ich weiß nicht wo, ich stand in dem Hangar drin und krieg einen Schuss von der linken Seite in den Geschütz ab. Ja, genau. Davor steht ja auch das Geschütz. Wahrscheinlich... Doch. Bei meinem Glück wahrscheinlich auch schön durch die Bandflug oder so. Keine Ahnung. Ne, jetzt hat mir nicht das Geschütz vorne angezeigt. Das hat mir auf der linken Seite in den Kälern angezeigt. Als jetzt schickt er mich auch richtig. Das ist doch schon so, dass ich gerade abfahre. Sind wir eigentlich blau oder rot? Weiterfassen schon. Ach ja, warum nicht? Ach, wir sind ja die Trooper. Rauch schießen wir uns mal ein. Rot ist immer Gegner. Ja. Weiterfasst mich. Ja, ich weiß nicht woher. Die haben in dem scheiß Eisgang, haben sie ein Geschütz drin stehen noch. Super. Aber auch das hat mich nicht getötet. Das haben wir eigentlich wieder mit einem Typ mit dem EL. Also nicht ganz dringend sind diese Eisgänge rein. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Obwohl die Fracht normalerweise immer nicht. Ah, das ist nicht mehr, dass ich nicht gespielt habe. Das sind wohl eigentlich keine Helmung. Ah, das gibt es auch nicht. Ich halte, egal wo ich stehe. Ja, diesmal kesseln die uns ein. Die drehen gerade den Spieß ein bisschen um. Ach ja. Ja, das gibt es nicht. Der steht da oben. Ah, der Drecksack. Auf der Fluchtwag in der Ecke da oben, ja. Der auf dem Container. Der mit der EE3. Naja, ich weiß, dass ihr den schüttet. Ich bin der ne Typen. Der werfen ne Granate hoch. Ah. Ich komm nicht so weit. Ich hab nen Thermalem Bruder. Der ist eh wieder unten. Der ist unten am Hangar hinten im Ecke. Ich weiß. Irgendwie in der Ecke steht der. Wir übernehmen deinen Konträufung. Egal wo ich stehe. Der erwischt mich direkt. Der tötet mich. Ja, das ist doch durch ey. Warum nicht? Wacht das scheiß Ding wieder auf? Wir verlieren gleich eine Kontrollpunkt an die Welt. Au. Fuck. Ah, geh mir mit. Ah, komm. Was seid ihr? Ich geh jetzt nicht da. Die ganze Zeit. Der hat mich gerade den Wälder besitzt. Ah, schön mit dem Nahkampf. Warum nicht? Kommst du mir entgegen? Die Kisten schüttelst du in den Kopf. Statt stehen. Im Nahkampf bin ich probiert. Ich glaub ich werde jetzt den Sperr. Au. Ich glaubste, dann hätte ich jetzt. Böö. Der hat mich. Gerade nur noch auf die Fresse. Am Anfang sah es sehr gut aus. Ja, Fighter fass mich im Spawn direkt. Ja, natürlich. Warum auch nicht, ey. In der Region, hier sind wir weg. Dann beraten wir das schon, wer ist. Das ist gerade jetzt zu spielen. Gerade richtig zu spielen. Ja, das kommt halt auch mal vor. Ja. Von hier gerade irgendwie so durchgehen. Dort unten denn. Cool. Ich hab den Helm. Sondern okay, komm doch cool. Danach ist es weg. Klar, ich kann das Ding durch. Ich glaube, du mich, ne? Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück. So ein Künstler Spiel, ey. Stellt euch auf Gegenangriffe ein. Wir haben sie zurückgedrängt. Und langsam wird die Zeit ein bisschen knapp. Der Rebellenfach übernimmt gleich einen Kontrollpunkt. Ui, mit Nahkampf. Jawohl, ja. Schön in die Fresse. Egal, wo ich stehe. Du hast direkt die Anzeige Feinder fassen. Ich bin gerade nur eine Sekunde gespawnt. Ist doch wahrscheinlich direkt, wo ich stehe. Hab ich irgendwo einen Pilesender drin oder so? Unsere suchfreunden haben Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Ruhig mit euch. Haltet nach Rebellen aufschauen. Durchtest du denn nicht, oder? Ja, natürlich. Du schon wieder mit deinem Scheiß-Dingchen. Für mich ist nach der Runde Feierabend aber wirklich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr über alles. Hm. Da soll doch jemand hochladen. Ui, hoppala. So. Man, du kleiner Wichser, Alter. Ja, ist klar. Du mit deinem Scheiß-Ding. Oh Mann, ich hatte gerade einen LTS-T. Wurde getötet. Und jetzt ist er weg. Ja. Boah, nicht, ey. Forderen sofort die Geteiljäger-Unterstützung. Freihelden, sowohl er sich täglich. Oder. Doch, kein Anwechser, Junge. Geht's, ja? Na, das gibt mir gerade auf den Sack. Ich pack' gerade auf dem Ding, auf dem Symbol drauf. Da kommt einer von oben und schnappt mir das Ding auch von der Nase weg. Oh. Und du dir was eigentlich im Asse an. Oh. Hoppala. Bisschen tief geflogen. ich darf nicht wo man einmal ansetzen so habe ich keinen bock drauf ist verarscht die eigentlich alles weg genau vor der nase aber auch wenn wir was auch richtig weil wir das ding war so ich bin doch schon tot klar wenn andere die schütze die dinge erhalten dann dauert es lange aber hauptsache wenn ich das ding habe muss es in zwei sekunden tot sein wir haben einen kontrollpunkt verloren verloren ist verloren der typ die ganze zeit egal wo ich stehe hauptsache vor nicht von dem headshot ich laufe jetzt gerade ein bisschen durch die gegend rum der steht hinter mir und tötet mich ich mag den auch nicht aber er gibt mir gerade ein bisschen wobei fett hat befehl uns zu unterstützen wir übernehmen einen kontrollpunkt wenn jemanden sehen würde warte bist du wir sind schon das kontrollpunkt von denen was ist doch alter ich mach dir damit noch selbst ich tue mich selber oder weil das ding einfach losgegangen ist wenn ich wieder raus ist zum scheißpunkt nach und wie möglich das spiel heute mag mich das spiel heute einfach nicht da hast du euch getragen ich habe mir leider sehr oft wie seit heute doch irgendwie alles gegen mich ihre bellen haben und zurückgedrängt und wir setzen ich werde auch nicht hoch gar nicht wir wollen auf Dusse die die in der hat die das ich habe das noch gehört wir verlieren das das ich wollte das loben gedreht super wir haben auch alles an die leute der rest ist wieder raus ja täglich du kleiner ich bin schon wieder gesporn und er versteht schon hinter mir ich habe einen abgeschossen ich habe das ist ja so nix das kann gefehlt gezählt werden Er ist ein Rebell und hat das Imperium verraten. Das war ungefallen der Müll, ne? Leute. Ah. Oh, ist schon wieder zu tief. Kontrollpumpe setzen. Fuck. Der kleine Affe auf dem Berg habe ich erwischt, aber der dahinter steht noch einer von denen. Der Affe hat mich getötet. Ja, den ersten von den zwei habe ich erwischt. Der zweite, den habe ich nicht gekriegt. Fuck. 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 Ups. Alter, der hat uns doppelt getötet. EO habe ich gesehen. Ja, lang. Ich habe gerade noch einen gesehen auf der Karte und dachte mir, oh. Wir sind schon den letzten Kontrollen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich habe nämlich den scheiß Orbital ein. Wir dürfen nur kommen nicht dahin, dass ich den einsetzen kann. Alter, das gibt es nicht. Der mit seiner Impulskanone. Oh, da kommt jetzt etwas runter. Ha, 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 ha. Ich muss, das ist ja auch der Talaggif. Das zählt nicht. Das ist ja der Talaggif hat der mich erwischt. Das hat er mich erwischt. Ne, wie gesagt, danach sind eh alle nur noch rausgegangen. Ga die ganze Zeit, und dieser komische Eie und Pipin, die ganze Zeit die ging mir so, der war auf den Sack, ey. Der wusste direkt wo ich gespawten bin. Ich habe von den 29 kills hat der alleine 20 gemacht. immer immer so sporten geht also ist auch ich nicht ist jetzt hier feierabend ich hab keinen bock wird auch die aufnahme löschen gut dann gehen wir verlassen du darfst gerne hochladen ich werde es nicht tun wir werden normal ich hoffe ich soll von der florida rein anstatt bekommen dass man ein bisschen besser läuft nachher aber so macht es keinen spaß dann verlassen wir das spiegel zwölf gilt naja ein zerstörtes fahrzeug 9 wo wahrscheinlich die hälfte wieder nicht erzählt wurde nö brauchst du nicht brauchst ja keine kills sorry dass ich jetzt gerade so schlechte laune verbreite aber das geht nicht anders ja passiert passiert so ist es du kannst das ist worden geht den schritt weiter kammer stund im rücken stil also wir wissen direkt wo du bist das ist ein halb glückstreffer wer steht ihr der stand direkt hinter mir hier stand dem ich bin im mode über dem geboren auf den ein typen da drauf der eine schon wieder hinter mir und tötet mich. Ja, aber wenn einer vor dir spawnt, so rein zufällig, und der kann nichts dafür, dann schießt du dir noch in den Rücken, oder nicht? Ja, das Glück habe ich ja nie. Naja, egal. Wenn sie gerne Feierabend machen, ich mache hier direkt. Ui, und da ist er raus. Na gut, dann werde ich das jetzt auch beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr genauso reagiert wie der Kevin oder nicht. Es gibt halt solche Tage und solche Tage. Naja, gut. Bis dahin. Tschüssi.